Hi und herzlich willkommen zu meinem Dungeon Boss Guide zum urtümlichen Tsunami, dem Endboss aus den Hallen der Infusion. Ja, bei dem Boss handelt es sich hier um einen riesigen Wasserelementar. Hier gibt es zunächst sozusagen, dass er ja ein Gruppen-AOE wirkt, wenn kein Spieler in Nahkampfreichweite steht. Das heißt also auf jeden Fall sollte immer der Tank zusehen, dass er immer am Boss steht. Dann macht er hier auch schon die erste Fähigkeit, das ist so ein Gewitterzorn, das ist so ein Gruppen-AOE, der nur weggehalten werden muss. Dann spawnen hier so Void Zones, daraus spawnen dann diese Kugeln. Man sollte natürlich weder in der Void stehen, noch so eine Kugel berühren. Würde man so eine Kugel berühren, würde man Schaden erleiden und geslowed werden. Dann spawnen hier noch so Wellen aus dem Boss, natürlich muss man auch denen ausweichen. Ich habe es eben gerade gesehen, die Kugeln explodieren auch, auch da darf man nicht dran stehen. Also alles eigentlich relativ selbsterklärend, da muss man wenig zu sagen. Viel spannender ist er schon, gleich wenn er 100 Energie erreicht und dann sein Ultimate wirkt. Er ist gerade hier schon bei 88, 90. Denn gleich in der Ultimate-Phase werden alle Spieler in so eine Bubble gehüllt und in die Gänge geschleudert. Und in diesen Gängen muss man jetzt so einen kleinen Hindernislauf bewältigen, wie wir es zum Beispiel schon aus der Mechagon zum Beispiel kennen. Oder es gab auch mal diesen einen Boss in Antorus. Einfach diesen Sachen hier ausweichen und nicht davon treffen lassen. Und so schnell es geht, wieder in die Mitte zu kommen. Denn dort seht ihr es auch schon, sind vier Caster, die den Boss kontinuierlich buffen mit der Fähigkeit Infuse. Und ja, wir müssen jetzt ganz schnell diese Caster interrupten, dass das Infuse auf den Boss gestoppt wird. Diese vier Ads müssen dann schnell von uns getötet werden. Und sobald wir diese Ads erledigt haben, kehrt der Boss dann wieder zurück und macht im Endeffekt seine Fähigkeiten aus P1 weiterhin. Nur halt natürlich verstärkt, je nachdem wie viele Stacks von dem Infuse auf den Boss durchgekommen sind. Hier sieht man es jetzt, wenn man den Boss ins Target nimmt. Er hat insgesamt 17 Stacks, also sein Schaden ist entsprechend signifikant erhöht. Aber die Fähigkeiten bleiben letztendlich dann die gleichen. Zusammengefasst, den AOE wegheilen, Void, Kugeln, Wellen, Ausweichen, Hindernislauf schnell zur Mitte, die Infusion unterbrechen, um Boss Buff nicht zu hochstecken zu lassen und im Anschluss daran die Ads töten. Wenn ihr das bewerkstelligt, sollte der Endboss kein Problem sein. In diesem Sinne, wenn euch der Content gefällt, den ich so mache, lasst doch ein Follow da, gern auf Twitch und YouTube, at MagicWL. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, habt eine gute Zeit, macht's gut, ciao, ciao und bye.